Oh, shit! Nicht gut, gar nicht gut! Ich hoffe, der Schiff ist okay. Ich sagte zurück! Oh! Warum hat die Todesräder erfunden? Gib mir einen Grund, dich nicht zu erledigen. Meine Mom würde sich aufregen. Miles? Könnte mir... Jetzt feuer auf deinem Dach! Keine Bewegung! Hätte besser laufen können. Hat wohl ne Rippe erwischt. Oder drei! Hey, wie lief's mit Finn? Worum geht es denn? Einfach allem! Hast du Zeit? Ich kann das hier verschieben. Ich ruf gleich zurück. Danke dir! Dann bis gleich! Ich hab keine Ahnung, wo Finn ist. Oder das Nu-Form. Ich sollte irgendwas machen, bis Onkel Aaron Zeit hat. Ich bin froh. Ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann das mit der Brücke Und jetzt will der Junior-Missetäter wohl den Hedrick mit seinem neuesten, besten Feind Tinkerer, die sollten sich ein Zimmer suchen Am besten eine Knastzelle Und ihre Differenzen privat beilegen Irgendwo weit, weit weg Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020